Oma Krause blieb hier ein Weilchen und dort ein Weilchen. Längst bevor sie die Oder erreichte, waren Schinken und Speck verzehrt. Die Letzten beschwerten sich, dass unsere Großmutter mit fast leerer Kiste anreiste. Bilder und Wandbehänge waren nicht essbar. Der Strom ist wieder da. Feuerwehr und Elektriker rücken ab. Kein trauter Schein der Petroleumlampe ist mir nötig. Ich puste sie aus. Ein dünner, parfümiert riechender Rauchfaden steigt auf. Oma mochte das Elektrische nicht. Sie war es nicht gewöhnt. Von Dorf zu Dorf waren sie und Opa Gustav mit den russischen Gleisarbeitern gezogen. Nirgends gab es elektrischen Strom und auch die Bahn brauchte ihn nicht. Mit Dampf fuhren die Lokomotiven. Signale, Schranken und Weichen wurden, wie man damals sagte, händisch bedient. Neben jeder Bahnlinie liefen die Drähte für die Signale. Nachts wurden die Signale durch Kerosinlampen beleuchtet. Sogar die roten Schlusslichter der Züge waren Sturmlaternen. Sie wurden an die Hinterwand des letzten Waggons gehängt, bevor der Zug den Bahnhof verließ. Tante Anna besaß bereits einen Schrebergarten mit Laube in einer nahen Kolonie. Im Frühjahr muttete sie ihre am Südwestkorso gelegene Wohnung ein und zog für den Sommer in die Laube. Ihr Mann, Onkel Hans, war fast zwei Meter groß, fiel aber nicht auf. Seine Gartenwerkzeuge, Hacken, Harken, Spaten besaßen überlange Stiele. Onkel Hans mochte sich nicht bücken. In der Nähe wurde ein Grundstück in Erbpacht angeboten. Oma griff zu, organisierte ein paar kräftige Männer aus engeren und weiteren Familienkreisen, schickte meinen Vater aus, um Balken, Bretter, Nägel und Dachpappe zu besorgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017